Cebu ist ein Gestaltungsduo aus Berlin. Wir arbeiten hauptsächlich in dem Bereich Illustration, wobei unsere Arbeiten in den verschiedenen Medien Anwendungen finden, wie zum Beispiel Siebdrucke, Malereien, Bücher, Zines oder auch Wandbilder. Im Wandmalen schätzen wir vor allem, dass wir die Möglichkeit haben, mit einem diversen Publikum zu kommunizieren, das heißt Leute anzusprechen, welche sich vielleicht normalerweise gar nicht für Kunst oder Design interessieren würden. Wir ziehen vor allem viel Inspiration aus dem Unterwegssein, das heißt Reisen oder einfach nur in unserer Stadt spazieren. Wir lieben es unterwegs, Zufälle zu entdecken, sei es einfach Farbkombinationen oder Gesprächsfetzen, zu denen wir dann direkt Bilder im Kopf haben. Da es toll an unserer Zusammenarbeit ist, dass man zu zweit natürlich ganz andere Bildideen finden kann, als wenn man nur alleine an einem Motiv zeichnet. Wir arbeiten oft so, dass eine Person mit einer Linie anfängt und die andere führt die dann weiter. Eine große Inspiration für die Geschenkpapiere war vor allem die Nähe des Bikini Berlins zum Berliner Zoo, weshalb wir auch versucht haben, viele Tiere auch in die Bildwelt mit einzubinden und genau diese Tiere mit dieser weihnachtlichen Stimmung zu kombinieren. Berlin ist ja ein super Ort, um als Kreativschaffener hier zu leben. Man hat unglaublich viel zu sehen. Es gibt täglich neue Ausstellungen und was wir vor allem schätzen ist, dass es hier eine Menge andere Kreative gibt, mit denen man sich natürlich auch gut austauschen kann bzw. auch zusammenarbeiten kann.